Was ist für mich als Forscher in den Randzonen der bekannten Erde und nicht als Abenteurer? Ich bin auch nicht leichtsinnig, was mir manchmal so unterstellt wird. Ich bin sicher nicht leichtsinnig. Ich habe Kinder, ich habe eine Familie. Ich würde nie, wenn es wirklich zu riskant wird, dann weitermachen. Da würde ich dann umdrehen oder reagieren. Es gab viele brenzlige Situationen, aber als leichtsinnig bezeichnen würde ich mich nicht als risikofreudig. Das muss man sein und man muss sich manche Sachen trauen, die sich dann vorher noch keiner getraut hat, jedenfalls nicht von wissenschaftlicher Seite und sonst auch überhaupt nicht. Und wenn man eben dann vertraut ist mit den Regionen, mit den Menschen, sofern es dort noch überhaupt Menschen gibt in diesen Gebieten, dann fühle ich mich immer sicherer und wohler als irgendwo sonst. Das muss man sein, wenn es nicht so ist, Untertitelung des ZDF, 2020